Der ist ordentlich. Auf der Prallseite gebissen. Entschuldigen den Wind, wir haben kein Mikro an. Das war's. Musik Yes Ein Oderbrett Ein Brettator Ich fass es nicht Ich fass es nicht Ich hab den Drill gesehen Ich fass es nicht Ist das ein Brett Ich hab das Ding hier reingezogen Traum, ein Traum Einfach irre, einfach irre So ein Traumfisch kann immer passieren Auch wenn man an dem Platz erst kleine Wir haben echt zwei kleine erst hier gefangen Kleinere, also besser Ein maßiger dabei und ein klein und dann auf einmal Bumm ist der Große da Beweist erstens, die stehen zusammen, Große und Kleine Weil sie halt einfach ihre Wohlfühl Plätze haben und die finden die Großen genauso Knorke wie die Kleinen Hier haben wir Von der Flussaußenkurve Von der Flussaußenkurve ist Brallwasser Was genau hier vorne drauf drückt Und das ist eigentlich Hier geht die Packung zwar flach rein Aber hier geht es wieder tief rein Wenn ich jetzt hier rein pendel Habe ich jetzt so 1, 22, 23, 24, 25 Bumm, jetzt ist er erst unten Hier vorn Das heißt es ist nicht tief Andersrum, ich bin noch total aufgeregt Es ist tief Es ist nicht so flach wollte ich sagen Und ich habe einfach nur Ein Pendelwurf aufs Brallwasser Hier gemacht, hier raus Und dann mit hoher Rute Mit dem Strom gefischt Ich fische dann sehr sehr leicht Weil ja die Absinkphasen Auf mich zugedrückt werden Und dann kürzer sind Dann habe ich dann so ein bisschen schräg hier angefischt Die Brallseite Mit hoher Rute Und einem zackigen Sprung Weil ich ja Durch das Brallwasser einen Schnurrbauch habe Der auf mich zugedrückt wird unter Wasser Das ist also nicht so Wird also so auf mich zugedrückt Und da darf ich halt wirklich Keine Sekunde auf dem Boden liegen lassen Also sobald der aufsetzt Muss ich ihn gleich wieder anstarten Dann hüpft der so wie eine Gazelle Leichtfüßig Wenn man das mal so ein bisschen Sich so vorstellen mag Dort am Grundlang Brallwasserfischen bedarf ein bisschen mehr Konzentration Aber hier ist halt eine Eine krasse Rückstromrinne Eigentlich hier vorn drauf Also die geht tief rein Hier draußen ist auch tief Und Brallseiten die ein bisschen tiefer sind Und wo das Wasser so schön hier drauf prallt Und zurückgeworfen wird Das ist einfach genial Und da steht auch mal ein großer Löwe drin Beim Brallseitenangeln führe ich ja den Köder mit der Strömung Das ist wirklich ein bisschen fies Und der ist dann quasi beim Stoppen schon eigentlich am Grund In der gleichen Sekunde Also weil ja das Schnurrsegel fehlt in dem Moment Aber wenn das dann so schön zurückgeprallt wird Und dann in dieser Rückprallwalze Wenn die auf ein bisschen steiler Abfallende Erschüttung trifft Danger Zone Also ich habe in der Oder schon viele Zander gefangen Aber eher kleinere Und dass hier auch mal so ein großer kommen kann Das macht Mut Sich das wirklich öfter und intensiver hier zu geben Weil man ja von der Oder mit großen Zandern wenig hört Also viel weniger als an der Elbe zum Beispiel Obwohl der Fluss auch groß ist Und trüb Also warum sollen hier keine großen sein Aber man fängt ja wirklich viele kleine Weil die Reproduktion gut ist durch das trübe Wasser hier Hier ist es selbst im Sommer noch trüb Aber Brallseitenangeln Das hat jetzt den dicken hier gebracht Bei Niedrigwasser Mega geil Was mir noch gerade aufgefallen ist Auf dem Brallwasser Ich fische immer kurze Pendelwürfe Weil ich ja wirklich nur hier vorne Die Rückstromwalze abangeln will Und auf Distanz Da Kontakt zum Köder schwieriger ist Wenn ich auf mich zuangele Also mit der Strömung geführt Ich muss nur aufpassen Ich darf nicht zu nahe auf den Budenkopf kommen Weil dort die Packung breiter gestreut ist Und ich dann Hänger bekomme Jetzt sieht man die Walze wirklich schön arbeiten Weil der Wind gerade mal runter ist Wie das schön dreht hier vorne Wie das zurückschwallt hier so entlang Das ist einfach mega gut Mega gut Und da reicht ein kurzer Pendelwurf hier vorne rein Und an der erhöhte Route fischen Damit der Köder auch einen guten Startwinkel hat Und eine schöne Starthilfe kriegt Und nach oben weg startet Und nach oben weg startet An dem steileren Schnurwinkel Das mache ich auch beim Brallseidenangeln immer Mega gut So ein Tag wenn es gut läuft So wie heute nehme ich mir auch mal zwei Küchenfische mit Die ich dann schön auf der Haut brate oder in den Backofen lege Und das ist dann herrlich Das ist dann der richtige runde Abschluss Und zu einem herrlichen sehr erfolgreichen Angeltag Flache Brune Flache Brune Ja bockt Voll weg Voll weg Voll weg Der hat das schön geballert Ist das geil Auch richtig richtig weg Moment Das gefällt mir nicht Das ist halt gut dass ich kein Drilling dran habe Das ist ja fast eine Lösezange Okay den muss ich jetzt hier hinten rausholen Kann ich auch mal zeigen Den ziehe ich jetzt hier durch Die Gehen wir durch Weil anderes rum wäre Würde ich ihn verletzen So Einhänger zu machen Rausziehen Dann stecke ich mir ein Noch mal schön grinsen Dann kann er zurück Schöner Fisch So Und das war jetzt eine ganz andere Geschichte Nicht mit Brallwasser mit der Walze davor Sondern hier ist echt extrem flach Hier ist keine Rückströmung nix Und da eben so richtig schön auf voller Distanz Da wo die Wirbel wieder anfangen am Hauptstrom Richtig weit draußen Das habe ich grad so erreicht Dann war es noch gleich die erste Singphase Tock Und Wir haben heute schon noch ein paar Mehr Zander gefangen Aber erst der Große ist ja Mit dem sind wir hier eingestiegen Also Ist das geil Aber das war jetzt Richtig schön Hier draußen Weiter gehts gar nicht so Krass Aber Wasser ist nicht tief Die Strömung hat halt Druck Das dauert bis er unten ist Unten Unten Und dann kommt's bumm Jetzt abends Wird nochmal mit Wobbler probiert Wenn die Zander jetzt aktiv werden Und ganz flach kommen Das Wasser ist sehr trübe Deswegen nehmen wir auch mal was mit UV Und schauen wir ob wir da Eine schöne Stelle im Hauptstrom finden Die Stelle wird's heute Abend Mit einem direkten Hauptstrom Packlager Also Steinschüttung Die direkt in die Hauptströmung rein geht Und dann wird die hier abgefischt In die Dämmerung rein Sehr geil Sehr geil Die Nacht noch gar nicht angebrochen Schon haben wir den Nachtläufer Zander Alter Oder das Oder das Oder das Oder das Mit einer Oder das Krebs Krasser Fisch da ist er ist das krass da ist er im hauptstrom an der schüttung gebissen bei niedrigwasser im hauptstrom ganz dicht vor es ist so geil so da heißt es in der oder echt lang geblieben noch ich habe es aber jetzt nicht noch einfach nur mein versuch um das mal zu testen die im hauptstrom beißen mega krass mit den drei drinnen vorsichtig machen damit beim landen ja und das ist auch ein fisch von 70 grad gemessen knapp 70 und wenn man hier mal die packung lang guckt ich weiß ob man das noch sehen kann jetzt hier im hauptstrom einfach dort flach vor zander sind so gezielt zu berechnen ist einfach der hammer ist das ist der hammer ganz ganz anderen platz noch mal woanders hingefahren und ja gesagt wir fischen mal in der hauptströmung in der außenkurve drin wo nur packung ist nur steinschüttung und dort einfach ganz flach vor das sind die besseren zander auch noch unterwegs einfach irre geil